Es sieht aus, als ob ihr Leute richtig lagt. Ja, der Bösewicht, der verantwortlich für Chihiro Fuchizakis Tod ist. Ist Mondo Obada? Oh, damn. Aber warum? Oh, und by the way, es war kein einstimmendes Voting. Ishimaru alleine hat falsch gelegen. Oh, böser Ishimaru. Warum wohl? Sein Brow hat ihn verraten. Das war ziemlich knapp, Ishimaru. Das nächste Mal solltest du vorsichtiger sein. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es nicht, dass mein Brow ein Mörder ist. Sorry, man. Warum entschuldigst du dich? Warum? Warum, 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 warum? Sag mir warum. Warum, ey? Warum würdest du so etwas tun? Ja, aber echt, der arme Chihiro. Ja, da Obada davon Gebrauch macht, sein Recht zu schweigen, erlaubt es mir, stattdessen zu erklären. Der Bär ist so cruel. Ein trauriges, trauriges, trauriges Geschichtchen von zwei Männern, hat als Hintergrund für unseren Mord gedehnt. Oh, und jeder, der sich nicht danach fühlt, das alles zu lesen, kann einfach nur den O-Button drücken, um das alles zu überspringen. Das ist so cool. Oh nein, das lesen wir. Vor langer, langer Zeit gab es einen Jungen. Mit dem Namen Chihiro Fuchisaki. Dieser Boy hatte einen extrem komplex, darüber schwach zu sein. Sei ein Mann. Immer und immer wieder hörte er diese Worte, aber er war nie in der Lage, diesen Schwachpunkt loszuwerden. Stattdessen hat es sich in eine noch größere Schwäche verwandelt. Der Junge wurde so ein Mädchen. Und so hat er sich entschieden, seinen Problemen zu entkommen. Jetzt kann mir niemand mehr sagen, dass ich ein Mann sein soll. Aber ganz gleich, wie weit er sich auch in seine Hülle verkochen hat. Ich bin voll fies. Das ist Chihiro, tut mir auch voll leid. Er war nicht in der Lage, diesen Komplex auszulöschen, der sich schon in ihn eingepflanzt hatte. Eine Hülle ist immer nichts weiter als ein, als ein leeres Gefäß. Anstatt zu verschwinden wurde Fuchisakis Komplex noch intensiver. Ich bin solch ein Schwächling. Schwächling, 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 Schwächling. Und dann, mit dem Start des Akademischen Kolosseums, lernte er eine andere schwere, schwere Lektion. Dass das Überleben der Fittesten das Gesetz der Welt ist. Und wenn er weiterhin so schwach bleiben würde, würde er nicht in der Lage sein, zu überleben. Und all dem hat dieser krankhaft süße Monekuma gedroht, die Geheimnisse von jedem zu offenbaren. Und die Erinnerung, sorry, aber, you know. Fuchisakis dunkles, tiefes Geheimnis war Das war das einzige Geheimnis, was absolut nicht ans Licht kommen durfte. Denn sobald er das tun würde, würde die Höhle, nein, sein Panzer, der ihn beschützt hatte, kaputt gehen. Und er müsste einen schmerzvollen Grad von Kritik und Druck statthalten. Angesichts diesem hoffnungslosen Dilemma fiel er in eine tiefe Verzweiflung. Oder das dachte jeder. Tut mir leid. Ich kann es jetzt wirklich noch nicht sagen, aber... Ich kann es noch nicht weitermachen. Ich verspreche, ich werde es euch später erzählen. Ich werde mich wirklich anstrengen, damit ich stark genug bin, um es euch zu erzählen. Bescheierterweise war die Drohung von seinem Geheimnis, das ans Licht kommen würde, der Auslöser dafür, ihn stärker zu machen. Verdammt! Das ist meine Chance. Das ist die beste Chance, die ich je haben werde. Ich werde stärker werden. Ich werde zu der Person werden, die ich sein soll. Ich werde stark genug sein, um zu lächeln und es abzuschütteln, wenn jeder mir sagt, dass ich ein Mann sein soll. Mit seinem Verstand darauf eingestellt, hat er sofort angefangen zu trainieren. Und so plante er, an jenem Tag anzufangen zu trainieren, um seinen Körper und sein Herz von Grund auf neu zu erschaffen. Schlechter Tag, nee. Ganz schlechter Tag. Aber traurigerweise wurde dies sein erstes und sein letztes Training. Als er entschied anzufangen zu trainieren, wollte Futsaki auch noch jemanden fragen, ihn zu helfen. Er plante dieser Person, sein Geheimnis anzuvertrauen und dann nach ihrer Hilfe zu verlangen. Und die Person, die er wählte, war ich. Ja, das war's! Er dachte, oh, war da. Der Dude Bro Biker. Sorry, der mit dem Männerstolz. Obzest war. Obzest, ähm. Naja. You know. Ich weiß es gar nicht. Er würde versprechen, sein Geheimnis zu bewahren. Außerdem gab es noch den Fakt, dass der männliche, männliche Oberda, das Ideal von Stärke in Fujizakis Kopf äh an gleich kam, I guess. Zuerst fange ich an, Courage aufzubauen, um mit Oberda zu sprechen. Und dann werde ich ihn um Hilfe bitten, damit ich stärker werde. Das war seine Bewunderung. Oberda war etwas, was Fujizaki nie hätte sein können. Und deswegen bewunderte er ihn. So. Dann, Oberda, hast du das getan, um das Versprechen mit ihm zu halten? Oder nicht? Das? Du meinst, den Körper von der Männerumkleidekabine in den der Frauen zu bewegen? Ganz genau. Sollte das denn nicht ein eine Vertuschung sein? Ich bin sicher, das war auch Part davon, aber nicht sein einziger Grund. Er tat es auch, um das Versprechen mit Fujizaki zu halten. Ein Versprechen zwischen Männern. Aber, was hat das Bewegen von der Leiche denn damit zu tun, sein Geheimnis zu bewahren? Wenn Shihiro Fujizaki getötet in der Männerumkleidekabine gefunden werden würde, würde doch die Diskussion anfangen, wie er in diesen Raum kam. Und sobald es passieren würde, würde die Leute anfangen zu zweifeln, dass er das war, was er sagte, er würde er sein. Kompliziert. Mit dem Wegschaffen seiner Leiche in die Frauenumkleidekabine und mit dem Klauen des Elektro-IDs hat er uns davon weggeführt. Er hat aber nicht fehlgebracht, nee. Man muss hier nur einmal angapschen. Also, hat Obada das getan, um das Versprechen zwischen ihn und Fujizaki zu halten, jen er mit seinen eigenen Händen getötet hat? Warum würdest du? Je mehr ich höre, desto weniger macht das doch Sinn. Ihr zwei hat doch ein Bund des Vertrauens geshared. Oh Mann, geteilt. Also, darum, warum? Ich wollte nicht, dass es jemand herausfindet, egal wie. Ja, buddy. Ich habe mir schon gedacht, dass das der Auslöser war. Nukumas, Drohungen. Die Drohung, unsere Geheimnisse und Erinnerungen ans Licht zu bringen. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Niemand könnte so ein Geheimnis haben, dass sie so verzweifelt sind, dass sie jemanden deswegen töten würden. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt. Anzunehmen, jeder hätte die gleiche Sichtweise dieser Welt wie du ist einfach nur idiotisch. Vielleicht hast du keinen Grund, aber er hatte. Und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Tja, während wir bei dem Thema sind, wie wäre es, wenn ich euch das erzähle? Das Gelätt, was sich in Oberdassschrank versteckt. Jenes, ihr nicht wollte, dass es die Welt sieht. ist das, der seinen eigenen großen Bruder getötet hat. Jetzt hat er es trotzdem gesagt, warsch. Der Monden Oberda, der heute vor euch steht. Der super duper ultimative Orlo-Biker. Der Mann, der nationsweis gefürchtet ist. Hat seinen Start nur dank jemand ganz bestimmten geschafft. Alright, der Maiskopf. sein großer Bruder Daya Oberda. Mondo hatte großen Respekt für seinen Bruder. Und sein Bruder war es, der ihn dazu angestachelt hat, zu fahren. Brumm, Brumm. Ja, sorry, das steht noch da. Beides in Maisküppe. Aufgezogen in einen barbarischen Haushalt ist die einzige Person, die Mondo als komfortabel empfand, sein großer Bruder. Achso, da hat er sie komfortabel gefunden, naja, egal. Er verfolgte seinem Großer, machte ihm nach, wie auch immer er konnte, versuchte ihn aufzuholen. Das war die Art von kleinen Bruder, Mondo war. Und dann, ganz plötzlich, die Biker-Gang, die sein charismatischer Bruder startete, wurde plötzlich die Nummer Eins-Gang in Japan. Und ganz oben in dieser Gang saß der große Bruder Daya und in Sitz Nummer zwei der kleine Bruder Mondo. Zuerst war er doch damit ganz okay, aber als die Zeit für seinen Bruder kam, sich zurückzuziehen und für ihn den Thron zu erben, als zweiter da, you know, wurde er von dem Druck überkommen, bei der Superduperkeit seines Bruders, die über ihm hing. Superduperkeit what? I don't know. Er war immer nur Nummer zwei. Daya hat die Gang ganz alleine aufgebaut. Der Bruder hat nur einen Bonus. Kann ein Kind wie er denn wirklich alles übernehmen? Die Gang geht von jetzt nur bergab. Tag ein, Tag aus hat das Geschwafel der Gang ihren Weg zu Mondo gebracht und deswegen ich muss sogar stärker werden als mein großer Bruder. Also nur dieses eine Mal muss ich ihn schlagen. Ich muss seinen verdammten Arsch treten mit meinem Maiskopf. Also in der Nacht der Rentenparty seines Bruders hat Mondo seinen Bruder zu einem Rennen heraus gefordert. Aber wie auch immer die Tragödie schlug während dieses Wettbewerb zu. Vorsicht los. Er war so davon belagert zu gewinnen dass er plötzlich unachtsam wurde und in den Gegenverkehr fuhr. Was ein doof Pop ey. sieht man ja auch nicht von 10 Metern Entfernung so. Aber in dem nächsten Moment ui kabumm als er in den Arm von seinem kleinen Bruder lag waren dies Dias letzte Worte. Von woher weiß Monokuma das eigentlich alles? Ups bin ausgerutscht. Sorry man. Er wusste ganz genau dass sein kleiner Bruder dafür verantwortlich war für den Unfall aber Daya hat die Schuld nicht an Mondo gegeben. Hey noch eine Sache Bro wag es ja nicht dass die Gang auseinander fällt. Du und ich haben diese Gang erschaffen zusammen. Versprech es mir. Männer versprechen yo. Sorry ich sterbe aber mach mich lustig. Mondo entschied die Ursache für diesen Unfall geheim zu halten von dem Rest der Gang. Um sein Versprechen zu halten um die Gang davon zu schützen auseinander zu fallen konnte er niemandem sagen dass seine eigene Schwäche den Unfall seines Bruders verursacht hat als Ergebnis um rum vereint er sich die Gang erneut unter der Führung des jüngeren Bruders jener den älteren Bruder besiegt hat das ist es was er davon hat so bescheuert rumzudriven ey weil er dachte er wird verlieren ey yo ey you know ey bro dude und und wurde zum Grund für Dias Tod Mondos Lüge wurde zur Wahrheit und so hat Mono den Helm der Gang angenommen mit die mit seiner Lüge aufkam ich bin stark yo stark 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 ja ja jedenfalls wir wissen ja mit dem Anfang des akademischen Kolosseums musste er auch eher eine schwere Lektion lernen das ein Mais nicht viel bringt vor allem er hat sich immer so aufgepusht und so kacke verhalten das ganz gleich wie stark er sich hat hingestellt weil er nichts mehr als ein Schwächling der jeden Moment sterben könnte naja es gibt hier Schwächerung und zu all dem ist der wunderbar coole Monokuma dabei Erinnerung halt auszuplaudern peinliche Erinnerung sein dunkles tiefes Geheimnis war Mundo Ovala tötete seinen großen Bruder naja eigentlich hat der große Bruder ihn beschützt so gesehen und sich da reingeschmissen auf gar keinen Fall konnte ich zulassen dass die Gang davon erfährt deine Gang ist gerade eh nicht da würden sie das würden sie alle auseinander fallen es würde die Gang die ich und meinen Bruder erschaffen haben zerstören dann war es alles umsonst meine Schuld die Last von meinem großen Bruders Tod zu tragen also also hab ich hab ich oh was da kurz nachdem Monokuma damit anfangen anfing uns anzudrohen unsere Geheimnisse auszuplaudern war es so als ob ein Nebel von Angst um meinen Kopf herum schwörte in meinem Kopf sorry das ist noch nie vorher passiert ich hatte keine Ahnung was ich dann tun soll und während ich da saß nicht in der Lage mich zu entscheiden bevor ich es wusste hat dieser Nebel von Unsicherheit sich plötzlich in einen huge rock harten mountain of uncertainty verwandelt und kaboom gemacht er ist halt am Rad gedreht das ist passiert und das ist es wenn Fuchisaki mich fragte ihm beim trainieren zu helfen das Kind fing an mir sein Geheimnis zu erzählen im Ernst ja sorry dass ich gelogen hab aber warum warum hast du dich plötzlich entschieden dein Geheimnis auszusprechen du hast das Geheimnis für so lange Zeit behalten wenn es jemand herausfindet wirst du ja schon aber ich will mich ändern ich will mein altes ich zerstören das schwache ich das sich immer in eine Lüge zurückzieht diese Worte kamen auf mich zu wie ein Messer das hat sich so angefühlt als ob es alles was ich getan hat zerstört hat ich muss mich ändern ich bin schwach aber du bist stark ich bin sicher das ist kein großes Problem für dich ganz egal was Monokuma über dich erzählt was willst du dass ich sie erzähle sagst du wenn ich wirklich stark bin soll ich dir mein verdammtes Geheimnis erzählen ich beneidete ihn ich war neidisch auf Futsakis Stärke die Stärke seiner Schwäche in die Augen zu schauen diese zu überkommen die Stärke die ich nicht hatte also beneidete ich ihn der Neid brachte mich auf die Knie ist das Sarkasmus ich bin stark bist du verdammt sarkastisch zu mir ich bin nicht sarkastisch ich meine es auch so du bist echt stark oder irgendwas was fing an zu zerbrechen und machte dieses unangenehme kratzende Geräusch das ist unfair ey in meinem Kopf Teufel willst du dass ich tue was Teufel soll ich denn tun sagst du etwa ich soll die Wahrheit erzählen und es alles umsonst gewesen sein lassen warum würdest du mir das sagen versuchst etwa über mich zu gewinnen machst du überhaupt so kajal ich bewundere wie stark du bist ja ich bin stark da hast du recht ich bin stark ich bin stark 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 ja ich glaube mittlerweile haben wir es alles kapiert stärker als du und stärker als mein großer bruder war was ist so gemeint shihiro hat doch gar nichts getan ich erinnere mich nicht was danach passierte das nächste was ich wusste war dass das Kind vor meinen Füßen lag inmitten von Blut ich hatte eine Hantel in meiner Hand und ich sah auf ihn hinab ich habe ihn getötet tötete shihiro futsizaki haileya weißt auch was sagen weil ich nie in der Lage war meine eigene Schwäche zu besiegen und deswegen habe ich etwas so schreckliches auf mir reinzulaben gelabert getan er hat immer so stark ausgesehen aber er hatte eine Schwäche als Last die er vor allen anderen versteckt hielt und diese Schwäche in seinem Herzen hat er angegriffen und er schmiss ja Salz in Böshaftigkeit ja es war alles seine Schuld die Lara er freut sich auch noch ja würdet ihr euch mal das anschauen das ist es was ihr seid ihr seid Kreaturen die kein Problem damit haben sich gegenseitig umzubringen wegen etwas so bescheuertem wie die Vergangenheit ihr werdet eure Verbindung zu der Außenseiten Außenwelt nicht kaputt bekommen oder irgendeine Idee bekommen was stärk ist Hoffnung mein weicher black white badonkadonk Arsch eigentlich verdammt seist du du kleiner Bastard sag es noch mal wage es klar ich sag es noch so oft wie du willst oder das würde ich zumindest gerne aber wir haben doch gar keine Zeit dafür es ist Zeit für die Bestrafung von jemanden Bestrafung du meinst Exekution das sind doch die Regeln oder der Bösewicht der die Regeln verletzt wird bestraft warte ich hab ich hab ein ganz besonder Bestrafung für Monde Ober den ultimativen Gangbang Typen ausgedacht Warte bitte warte fangen wir an den Ball ins Reihen zu bringen es ist Punishment Time ich bitte dich doch so warten sorry Big Bro konnte unser Versprechen nicht halten irgendwie tut er mir ja leid aber anders tut mir auch Chihiro leid wisst ihr weil sie war so er sorry er war so schwach oh Gott so jemanden anzugreifen der einen auch noch gewundert das ist so fucking oh jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt ja ich kann nicht total pfeifen sorry aha Monde guck mal ich weiß das ist nicht lustig sorry okay so Nein, das ist nicht mehr sicher. Oh, gosh. Fuck. Nein, das ist nicht lustig. Wie, wie? Wie kann man jemanden in Butter verwandeln? What? Oh, du. Oh, du. Erfüll uns mit deinem bisschen Lächeln und bring uns von zählendem ewigen Frieden. Er ist Butter, also fuck, ist das ekelhaft. Eww. Ich kann nicht wieder Butter essen, ey. Nein, nein. Ich kann nicht wieder Butter essen. Sorry. Das meine ich, das Spiel ist eigentlich so krank und gemein, aber dann lacht man sich wieder tot. Bro. Mit dem zweiten Mord und dann die zweite Exekution schlug es mich wieder runter, dass hier das Leben zerstörbar ist. Zerstörbar? Ja. Es schlug mich so hart, dass ich dachte, dass ich niederfalle. Unsere Leben sind hier verdammt schwach, zerstörbar, kaputtbar, you know, zerbrechlich. Ihr wisst, was ich meine. Nee. Nee. I guess, wir haben's verstanden, was er sagen will. Soll ich jetzt mal ein Taschentuch nehmen. Shimalus bittere, freie... ...halten durch den Prozesssaal. Und jeder war eine Erinnerung an die Wahrheit. Der Schmerz auf dem Wahrheit. Und trotzdem einer von uns. Das war nicht besonders. Nicht eine sehr zufriedenstellende Schlussfolgerung für unser Spiel. Ach, geh dein Hamburger essen. Verarsch. Sorry. Was? Togami? Du bist komplett durchgedreht. Genug mit dem Spiel scheiß. Zwei von unseren Freunden sind tot, weißt du? Ja, natürlich. Das ist immerhin ein Spiel auf Leben und Tod. Ich werde dein... ...zudenken nicht kommentieren. Das ist es nicht, was ich versuche. Ich kann es nur nicht herausfinden. Warum würdest du mit Absicht helfen, Ovatas Verbrechen zu verheimlichen? Ja, das ist auch noch ungeklärt gerade. Das stimmt. Warum, fragst du? Ist das nicht offensichtlich? Um die Dinge interessanter zu gestalten. Arschloch. Er sprach in einer ruhigen, besonnenen Art. Von Stimme. Die mir eine Gänsehaut durch die Wirbelsäule zernutze. Why are you so mad? Du bist mir sogar schon fast sympathisch am zweiten Teil. Letzte Nacht. Die Nacht vom Mord. War ich wie immer in der Bücherei. Ach, du ignoriertest die Ausgangssperre. Hm. Immer diese Ausgangssperre. So was von egal. Und ich erinnere mich auch nicht, dem zugestimmt zu haben. Ich schätze, das ist egal. Bitte fach fort. Es wurde spät. Und ich wollte zurück in mein Zimmer gehen. Als ich plötzlich, äh... Oba da sah, wie er die Frauenumkleidekabine verließ. Nachdem er weg war, schaute ich hinein. Und da fand ich eine Leiche. Was, du sagst alles, Dude? Wow, du hast lang nichts gesagt. Ach, Fukawa, wo ist die denn hin? Gott, der war so ein Idiot. Hat er nicht ja meine Idee, dass ich ihn sah? Also wusstest du von Anfang an, wer der Täter war? Master Byakuya Tsogami? So. Aber es wäre doch langweilig gewesen, wenn es nix weiter bei dem Fall gewesen wäre. Ein Spiel, wo du die Antwort schon von vorne herein warst, ist nix als Zeitverschwendung. Bist du ein Arsch? Also gab ich ihm eine Hand, um die Dinge ein bisschen aufzuwürzen. Die Dinge aufzuwürzen? Deswegen hast du das getan? Da du erst vor kurzem herausgefunden hast, dass Fukawa Genosai das Schuh war, hast du dir das zu Nutzen gemacht, um uns von der Spur abzubringen. Was ist die überhaupt? Aber Dude, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, herauszufinden, wer es wirklich war, wäre es jetzt auch mit uns tot. Natürlich hätte ich was gesagt, bevor es so weit gekommen wäre. Aber ich bin nicht doof, außer Togami glänzt in meiner Richtung. Hi! Dein scharfer Blick pierste mich in tausend Stücke. Dank Mr. Brilliant da drüben, dass es nicht dazu gekommen ist. Du hast dich ziemlich gut angestellt. Jetzt weiß ich ganz genau, auf wen ich achten muss, wenn ich an der Reihe bin, der Bösewicht zu spielen. Excuse me? Was? So. Verstehe. Das hast du also getan. Bist du denn jetzt zufrieden? Ja. Ich habe genug von dir gehört. Ich auch. Als nächstes. Würde ich dich gerne etwas fragen, Monokuma. Au, ich bin an der Reihe? Du hast beide Exekutionen ganz besonders gestaltet. Warum hast du so viel Anstrengung da reingepackt? Bist du etwa ein Fan? Da die Bestrafungen nicht nur für euch sind. Die Verzweiflung ist nicht nur für euch. Die Verzweiflung. Diese Bestrafungen. Sie sind für die ganze Welt. Excuse me. Nein. Du genießt es tatsächlich, die Dinge völlig zu übertreiben. Keine Übertreibung. Okay. Diese Bestrafungen wurden dafür angefertigt, jeden letzten bisschen von der Hoffnung in Verzweiflung zu verwandeln. Was meinst du damit? Meinen? 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 Meinen, 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 meinen. Ach, gib mir doch eine Pause. Deine Besessenheit, eine Bedeutung im Ding zu finden, ist bedeutungslos. Oh Mann. Das ist doch sowieso egal. Am Ende bin ich derjenige, der siegreich rauskommen wird. Und wenn das passiert, wird alles bekannt gegeben. Wow. Du verstehst es, Mr. Skyn, Sir. Ich habe das Gefühl, dass du und ich echt gute Kumpels wären könnten. Genug. Ich würde mich niemals mit so einem Kriminellen verstehen. Auf jeden Fall gebe ich dir eine Warnung. Nachdem ich meinen Sieg erlangt habe, bist du als nächstes dran. Hörst du zu? Ich werde dich töten. Im Namen von denjenigen, die dazu bestimmt wurden, zu triumphieren. In meinem Namen als ein Togami. Ich bin Togami. Ich müsste ja hier nicht so runterkicken. Und bam. Wow, Badass. Du hast dich gerade echt wie ein Gegner angehört. Ziemlich schlecht, dass du nur ein Side-Character bist, hä? Ich werde dich töten, das schwöre ich. Jetzt sei doch nicht so schnell sauer. Willst du mal mein Spiel über Calcium hören, was? Er hat sein Fun, ehrlich. Das Echo von Nonokumas hohen Gegacker signalisierte den Fall des Vorhangs für diesen Prozess. Aber hier endete es noch nicht. Dieses akademische Kolosseum verschwand nicht. Es weigerte sich, die Türen zu schließen. Diese dicke Wolke von Verzweiflung, die um uns herum schwörte, wurde langsam, hat langsam begonnen, das Momentum zu bekommen. Es war eine Verzweiflung, so tief, dass man früher oder später dein Geld ein Tog gab. Keine Ahnung. Unsere Courage, unsere Freundschaft, unser Erfolg. Sie waren alles umsonst. Bei Monokuma war er hier drin. Mann, Mann, ich muss sagen. Die Dinge bewegen sich echt ganz nett voran. Das ist echt eine nette Geschwindigkeit. Es sieht aus, dass sie auftreten, bevor die Dinge sich beruhigten. Eine größere Spur als angenommen hinterlassen hat. Wer ist denn der creepy Typie da? Und sobald die Dinge ins Räume kommen, ist es wie ein Rollercoaster. Es gibt kein Halt. Wer ist denn der Typie da rechts, der creepy? Es bewegt sich so schnell, dass nur ihre Angst und ihre Verzweiflung mithalten. Aber das Einzige, was mich enttäuscht, ist es, dass du nicht deine Zeit zum Schein bekommen hast. Sehr traurig, da ich dich schon längst dort untergebracht habe mit ihm. Hä? What? Ein Spion von Monokuma bei uns? Du hättest derjenige sein müssen, der zuerst schießt. Alright. Was auch immer. Was kannst du tun? Mach einfach weiter mit dem, was du tust. Und mach sicher, dass die Dinge interessant bleiben. Das ist es, was jeder möchte. Das ist komisch, dass immer von der ganzen Welt und jeder spricht. Ich habe eine Frage. Alles außer meine Measures. Und ich hör zu. Meine Measures, mein Körpermaß. Wer ist das? Wer ist der 16. Student? Mann, Mann. Das ist eine Überraschung. Okay. Okay. Ich habe zugehört, aber... Komplett abgewiesen. Teuflisch abgewiesen. Ich meine, komm schon. Das ist meine Trumpfkarte. Wir sind vielleicht zusammen in dem allen. Aber ich bin ja nicht so blöd, dass ich dir meine Trumpfkarte zeigen würde, als wäre es nix. Das wird interessant. Oh Mann. Da geht uns da etwa einer von unseren Freunden. Das wäre alles andere halt schön. Vor allem, wo wir eh schon so in der Verzweiflung verzinken, weil immer mehr sterben. Zehen überleben noch. Das wäre toll. Das wäre toll. Das wäre toll. Untertitelung des ZDF, 2020